Moin Moin, ihr bisschen Jusk, bisschen Jusk, liebe Fabrik, Besitzer und solche, die es noch werden wollen. Heute endlich die Factorio Friday Facts, auf die wir, glaube ich, alle ziemlich lange gewartet haben jetzt. Heute Part Nummer 381, Space Platforms. Macht euch auf was gefasst, das wird großartig. Die erste wichtige, große Frage direkt am Anfang, was sind Weltraumplattformen eigentlich für die Leute, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, worum es geht? Und in der Factorio Erweiterung werden wir ja nicht nur auf der Nowis Oberfläche, also dem Startplaneten spielen, sondern eben auch auf drei beziehungsweise später vier anderen Planeten. Und Weltraumplattformen sind unsere Möglichkeit, von einer Planetenoberfläche zur anderen zu reisen und aber eben auch kleine Fabrikabschnitte im Weltraum selbst zu bauen. Wie kriegen wir so eine Weltraumplattform in den Orbit? Ganz einfach, wir haben, wie nennen sie es, eine Space Platform Stata Pack, ja? Das können wir in die Rakete packen und das Ding dann einmal in den Orbit knüppeln, so wie wir das bisher mit Satelliten machen würden. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das Wort ungefähr habe ich dabei ganz bewusst gewählt, denn wer sich diese Grafik hier anguckt, sieht, dass das ein bisschen komisch aussieht. Eher wie etwas aus vielleicht Borderlands oder Oxygen Not Included oder sowas. Das liegt ganz einfach daran, dass diese Grafik hier nur Concept Art ist, okay? So wird das natürlich im Spiel nicht aussehen, diese Comic-Grafik hier, sondern das ist erstmal nur eine Zeichnung, anhand der sich die Entwickler ein bisschen orientieren können. Und wir als freudige, erwartungsvolle Faktorio-Spieler natürlich auch, dass wir ungefähr wissen, wie das aussehen wird. Dieses Teil in der Mitte unserer Weltraumplattform nennt sich nun das Hub. Um das Hub auszubauen und die Plattform zu vergrößern und damit irgendwas anfangen zu können, müssen wir Gegenstände nach da oben bekommen. Dieses Hub kann aber nicht unendlich viele Gegenstände lagern und um dieses Problem zu beheben, können wir hier so eine Art großen Lagerräume, hätte ich beinahe gesagt, oder Lagerelemente bauen, die sich dann mit unserem Hub verbinden. Das Ganze kann man hier sehen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie man die Items dann in den Weltraum bekommt, damit man da oben bauen kann. Naja, dazu wird man das Silo benutzen, das Raketensilo, so wie man jetzt momentan das Satelliten-Item hochschickt, kann man dann auch andere Items hochschicken. Die Entwickler haben dabei verschiedene Herangehensweisen getestet und eins davon, das hier wirklich schrecklich aussieht, sieht man hier. Wir haben eine Reihe von Requester-Chests, auf Deutsch heißen sie, glaube ich, Anforderungskisten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und Filter-Greif-Arme. Die dann anhand eines Logistik-Netzwerkes gucken, welche Gegenstände oben gerade benötigt werden, die dann automatisch in die Kiste packen, damit das Ganze hochgeschossen werden kann. Das ist aber ein Graus. Die Entwickler sagen selbst, das hat keinen Spaß gemacht, das hier aufzubauen, war nicht herausfordernd oder so, sondern einfach nur nervig und kacke. Deshalb haben sie ein paar Änderungen am Raketensilo vorgenommen, die ich euch jetzt vorstelle. Änderung Nummer 1 ist, dass das Raketensilo jetzt selber wie eine Requester-Chest funktioniert. Das heißt, es kann jetzt Dinge direkt aus unserem Logistik-Netz anfordern. Das Zweite ist, dass wir einen kleinen Haken setzen können in diesem Gebäude, um zu sagen, hey, liebes Raketensilo, wenn die Gegenstände, die du brauchst, in unserem Logistik-Netzwerk vorhanden sind, dann order sie. Dann sollen sie alle zu dir gebracht werden. Dann werden alle Items auf einmal befördert. Ich glaube, das soll den Sinn haben, falls wir zehn verschiedene Raketensilos haben, sollen sich unsere Items ja nicht auf zehn Raketensilos verteilen, sondern alle an einen Ort gebracht werden, damit da die nächste Rakete alles nach oben bringen kann. Macht also schon Sinn. Da haben wir quasi einfach nochmal so eine Sicherheitsverkehrung, dass die Items auch wirklich nur, wenn ich das richtig verstanden habe, jedenfalls in einer Rakete landen und nur, wenn alles vorhanden ist, wird das nach oben geschickt. Und das Dritte ist noch eine Änderung, die nicht direkt was mit dem Raketensilo zu tun hat, aber wenn wir auf einer Weltraumplattform im Orbit, um jetzt zum Beispiel den ersten Planeten Nauvis etwas per Ghost bauen, also eine Blaupause platzieren, dann werden die Gegenstände, die dafür benötigt werden, auf der Planetenoberfläche angefordert und dann zum Raketensilo gebracht. Also stellt euch vor, dazu kommen wir gleich, wir bauen oben auf unserer Raketenplattform hier ein, unsere Greifarme, haben davon aber noch nicht alle Ressourcen, die wir dafür brauchen oben, dann wird eben automatisch ein Signal an die Oberfläche geschickt zum Raketensilo, das sagt, ey, ich brauche noch, keine Ahnung, was man dafür braucht, ich kenne das Gebäude ja noch nicht, aber bring mir mal alles, was du hast, bring mir mal alles, was ich brauche, schick das alles nach oben und mit der Rakete, mit der nächsten Rakete, die nach oben fliegt, sind die Gegenstände dann da und wir können dieses Gebäude auf der Plattform bauen. Soweit die Idee, finde ich tatsächlich ganz cool gemacht und wo wir schon bei dem Thema cool gemacht sind, das hier finde ich tatsächlich ziemlich genial. Im Laufe des Videos werden wir eine Sache sehen, die ich noch genialer finde, aber ich will hier an der Stelle nicht spoilern. Was wir nämlich hier sehen, ist auch schon ziemlich, ziemlich cool. Ihr könnt sehen, dass im Orbit und im Weltall so Asteroiden herumvegetieren und sich langsam den Weg durchs Universum bahnen und wir sehr dynamische, coole, schlangenreptilförmige Greifarme haben, die die Dinger einsammeln können. Dabei gibt es drei verschiedene Asteroiden, Metallic, Carbonic und Oxide. Glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, verklagt mich doch. Diese drei Asteroiden bringen uns drei verschiedene Rohstoffe. Wenn wir hier ein bisschen weiter nach unten gehen, können wir das sehen. Diese drei Gegenstände, die wir daraus gewinnen, das sind die eingesammelten Asteroiden, die machen wir in einem Crusher zu Kleinholz. Dabei kriegen wir auf der linken Seite hier einmal Eisenerz raus, in der Mitte Carbon, einen neuen Rohstoff, und rechts Eis, auch ein neuer Rohstoff. Also Eisenerz kennen wir, der ein oder andere Faktorio-Spieler dürfte davon schon mal gehört haben, aber eben hier Carbon sieht ein bisschen aus wie Festbrennstoff, ist aber was anderes, und diese Eisblöcke, die sind neu. Damit können wir jetzt verschiedene Sachen machen. Ich gehe jetzt hier nicht so 100... Woop! Aber fast das Coole, was ich euch vorstellen wollte. Moment, nein, nein, nein. Ich lese noch einmal vor, was wir wofür benutzen können. Eisenerz werden wir benutzen, um Kanonentürme, also Gun-Turrets, und ihre Munitionen hinzustellen und Thruster-Oxidizer zu produzieren. Ja, Carbon wird dazu benutzt, um Thruster-Fuel, also Treibstoff für die Thruster auf Deutsch, Triebwerke, hätte ich jetzt gesagt, zu produzieren. Und das Wasser, beziehungsweise das Eis, können wir schmelzen, um Wasser zu erhalten. Und das brauchen wir auch für den Thruster-Fuel, also für das Benzin, sage ich jetzt einfach mal, einen guten Diesel, und um Oxidizer herzustellen. Was man damit genau macht, wie das genau dann in der Produktion aussieht, weiß ich noch nicht. Da gehen sie nicht so wirklich drauf ein. Später kann man mit diesen Ressourcentypen aber auch noch andere Sachen machen, wenn man das verbesserte Zertrümmerungsrezept hergestellt hat, um noch mehr aus den Asteroiden rauszurufen. Da es random ist, welche Asteroiden spawnen, und man ja, wie anfangs schon gesagt, nicht unendlich viel Platz auf der Plattform hat, und auch nicht unendlich viel Lagerkapazitäten, brauchten die Entwickler eine Möglichkeit, überschüssiges Material loszunehmen. Ihr kennt das vielleicht noch aus Original-Faktorio, es kann sehr nervig sein, wenn das Inventar voll ist, man muss irgendwas zerstören, brauchst eine Kiste, packst alles in die Kiste, jagst die Kiste in die Luft, ist relativ nervig. Deshalb haben sie sich hier was überlegt. Sie hatten dann verschiedene Möglichkeiten, dass man so eine Art Mülltonne auf der Space-Plattform hat, wo automatisch Sachen reingepackt werden, die dann wieder runter zur Erde befördert werden und so. Hat denen aber alles nicht gefallen, und nach langem Hin und Her und Kopfzerbrechen haben sie sich für diese Herangehensweise entschieden. Und das ist tatsächlich das Coolste in diesem ganzen Video, in dem ganzen Blog-Eintrag der Entwickler. Guckt euch das mal an. Wir schmeißen den Scheiß einfach von der Kante. Ich finde es so schön, ich finde es so gut gelöst. Ich wünschte mir in Faktorio würde es ein Gebäude geben, einfach so ein unendlich großes Loch, wo wir Items rein dumpen können. Guckt euch das an, wie schön das ist. Es ist so simpel, es ist eine so simple, aber so schöne Lösung. Ich finde das richtig toll. Nochmal kleiner Break aus meinem Leben gerade. Ich bin ja dabei und mache die Umschulung zum Fachinformatiker und programmiere nebenbei mein eigenes Computerspiel. Und merke halt, man muss hin und wieder einfach Entscheidungen treffen und muss sich überlegen, wie man irgendwie was zu lösen möchte. Und manchmal hat man tausend komische Ideen und man merkt, das ist in der Programmierung und in der Umsetzung dann aber alles furchtbar schwer. Und deshalb schätze ich diesen Approach hier so unglaublich sehr gut. Es ist so simpel, es ist so simpel. Das hat wahrscheinlich keine 30 Minuten gedauert, das zu programmieren. Und es ist so schön. Papp, 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 papp. Einfach alles rausschmeißen, es leicht auseinandergleiten lassen und nach, weiß nicht, 10 Sekunden oder was das sind, lösen sich die Items im Nichts auf. Ah, ich bin happy. Es ist so schön. Kommen wir zu einer weiteren wirklich richtig großen Änderung, Leute. Und das ist, wie die Space Science Packs funktionieren. Momentan ist die einzige Möglichkeit, wie wir diese Weltraumpakete bekommen, indem wir eben den Satelliten in den Weltraum schicken. Und als Belohnung kriegen wir immer unsere 100 oder 1000, weiß ich gerade gar nicht, Science Packs geschenkt. Ja, als Belohnung dafür, dass wir den Satelliten noch hochgeschickt haben. Aber das Ganze ist ein bisschen blöd für Space Exploration, beziehungsweise hier für Space Age, die Erweiterung von Factorio. Denn wir wollen ja eigentlich diese Wissenschaftspakete wirklich im Weltraum generieren und nicht auf unserer Planetenoberfläche. Das Problem ist nämlich, dass dadurch eine sehr große Kluft entstehen würde. Stellt euch vor, ihr seid auf eurem Heimatplaneten, auf Norvis. Ihr seid gerade so weit, dass ihr die erste Rakete gestartet habt. So, um jetzt auf einen anderen Planeten zu kommen, müsstet ihr erst mal ein Raketensilo machen und sehr, sehr, sehr viele Raketen, um diese Space Science zu farben. Dann müsstet ihr die Weltraumplattform bauen. Dann müsstet ihr auf einen anderen Planeten. Dann müsstet ihr dort die Herausforderungen des Planeten, und meistern, dort automatisch Science Packs herstellen und die dann wieder zurück zu eurem Heimatplaneten schicken. Das heißt, ihr habt auf einmal eine riesig lange neue Strecke, wo ihr eigentlich im Spiel gar nicht wirklich vorwärtskommt, sondern der nächste Abschnitt des Spiels wie so ein riesiger Sprung. Versteht ihr? Und das wollten die Entwickler gerne vermeiden und haben sich deshalb überlegt, wir wollen, dass die Wissenschaftspakete im Weltraum hergestellt werden, auf der Weltraumplattform. Und jetzt ist es ein bisschen weird, finde ich persönlich, also die Entwickler werden sich dabei was gedacht haben, aber ich persönlich finde es ein bisschen weird, dass es jetzt zweimal Space Science Packs gibt. Es gibt einmal die Space Science Packs, die wir durch das Abschießen eines Satelliten zu bekommen. Da bekommen wir jetzt aber nur noch zehn Stück. Zehn, das war's. Boink. Die Forschung, die davor sehr teuer waren, kosten jetzt aber auch nur noch so zwischen 10 und 30 Science Packs. Das wäre so ungefähr, wenn wir mit dem normalen Forschungsfaktor spielen, so im Schnitt alle zwei Satelliten, die wir hochjagen, eine neue Forschung freien. Hinten raus hilft uns das aber natürlich nicht wirklich viel, weil die Sachen irgendwann so teuer werden, dass wir mehr Science Packs bauen wollen. Und wir wollen nicht so viele Raketensilos haben, sondern wir wollen das Ganze ja draußen fahren. Deshalb gibt es jetzt noch das erweiterte Space Science Rezept, das nur im Weltraum funktioniert. Finde ich, wie gesagt, komisch. Aber wir gucken uns das mal an. Hier könnt ihr sehen, dass wir mit den Rohstoffen, die wir draußen im Weltall ernten, mit Uran und Eis und das dürfte dann das Carbon sein, nehme ich mal an irgendwie, mit diesen beiden Asteroiden und Uran, stellen wir jetzt hier Science Packs her, die uns 1000 auf einmal geben. Also 100 Mal so viel, wie ein Arbeitsschritt uns auf der Oberfläche mit den Satelliten geben würde. Ist erstmal komisch, sich das vorzustellen, aber wir haben, wie wir es sehen, hier die Montagemaschine mit zwei Tränken nebeneinander und die ist 100 Mal so effektiv, wie das, was wir auf der Planetenoberfläche mit den Satelliten machen. Ist weird. Aber okay. Ich finde diese Animation, es ist ja keine Animation, aber diese Grafik hier tatsächlich ganz cool. Das ermöglicht eventuell Modern, da noch viel interessantere Sachen mit herzuleiten. Also, dass man vielleicht irgendwie für alle Forschungspakete dann zwei verschiedene Herangehensweisen oder sogar noch mehr hat, um effektivere Wege für... Aber das ist alles, ja, Fantasie von mir, keine Ahnung. Fakt ist, es wird zwei verschiedene Rezepte für weiße Flaschen geben. Einmal das einfache, dass wir über Satelliten bekommen und einmal das Ding, was wir auf unseren Space-Plattformen herstellen müssen, was wir hier sehen können. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es weird. Also, es ist einfach weird, das hier doppelt zu sehen. Ich finde es nicht schlecht. Nur komisch. Es ist komisch, dass sie zu dieser Lösung gekommen sind und sich da nicht was anderes haben einfallen lassen. Zum Beispiel einfach zwei verschiedene Forschungen. Space Science und Satelliten Science oder sowas. Oder dass die Satelliten Science, die wir unten haben, erst mal nur so eine Art Zwischenschrift ist und die richtige Science oben produziert wird. Aber es ist dasselbe Produkt quasi. Nur zwei verschiedene Rezepte, um ein Forschungspaket unterschiedlich herzustellen. Wie gesagt, finde ich weird, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Aber jetzt erzählt mir erst mal, was ihr davon haltet. Nun liegt es in der Natur der Sache. Wer zu anderen Planeten reisen möchte, muss da auch irgendwie hinkommen. Das heißt, unsere Weltraumplattformen sollen nicht einfach nur stumpf im Orbit kreisen, sondern wir wollen die Dinger natürlich auch bewegen. Das Ganze wird über so eine Art einfache Berechnung stattfinden. Wir können hier Triebwerke bauen, die übrigens sehr schön aussehen. Ich finde, die sind wirklich gelungen. Gerade dieser Jetstream hier hinten sieht richtig nice aus. Genauso wie die Engine selbst. Die ist wirklich richtig meisterlich schön. Eines der schönsten Gebäude, die ich so in Faktorio finde. Heißt sogar das schönste. Ich würde jetzt gerade so spontan nicht wissen, was da rankommt. Super hübsch geworden. Genau, die Dinger können wir in unsere Plattform schrauben und die bewegt unsere Plattform nach vorne. Und zwar, je leichter unsere Plattform ist, desto mehr Schub gibt uns eine so eine Düse. Macht irgendwo auch Sinn. Da haben sie also so ganz rudimentäre Physik eingebaut. Das heißt, wir können nicht unsere Plattform beliebig groß machen. Denn wenn die zu groß wird, haben wir nicht mehr den nötigen Schub, um das Ding überhaupt nach vorne zu bewegen. Beziehungsweise, es würde sehr, sehr, sehr lange dauern. Ja, das heißt, da kommt auch noch mal so ein Design-Element rein, dass man ein bisschen gucken muss, wie das Ganze aufgebaut ist. Diesen Treibstoffen müssen wir über unsere Ressourcen, die wir im Weltraum hier sammeln, quasi selbst zusammen ernten. Haben wir zu wenig Asteroiden, haben wir zu wenig Treibstoff, dann haben wir zu wenig Schub, dann bleiben wir vielleicht stehen und müssen auf mehr Asteroiden warten und so weiter und so fort. Das wird tatsächlich eine sehr spannende Mechanik, glaube ich. Wenn wir den Orbit von Nauvis erst mal verlassen oder der anderen Planeten und von einem Planeten zum anderen reisen, werden die Asteroiden größer. Die kleinen Asteroiden, die wir hier überall gesehen haben, wenn wir nochmal hochscrollen, die tun uns nichts. Die fliegen zur Not einfach über unsere Space-Plattform weg oder zerschellen hier irgendwo am Rand. Diese Asteroiden, die wir hier unten sehen, auf der anderen Seite, müssen von unseren Geschütztürmen zerstört werden. Wenn unsere Geschütztürme das nicht schaffen, rammen die Dinger uns und machen den Gebäuden und auch der Plattform selbst Schaden und das kann so weit führen, dass die Plattform sogar völlig zerstört wird oder Teile davon zerstört werden. Ich greife ein bisschen vorweg, das sehen wir hier unten. Wenn ein Teil unserer Plattform nicht mehr mit dem Hauptteil verbunden ist, wird alles gelöscht und verschwindet alles, was eben nicht mehr verbunden ist mit dem Hauptteil. Wir können also nicht zwei Plattformen nebeneinander fliegen. Ja, sondern es muss eine Plattform sein, die können wir nicht, können wir zwei in zwei Kammern aufbauen und mit einer Brücke verbinden, aber wenn die Brücke irgendwie kaputt geht, geht die Nicht-Haupt-Plattform kaputt und die Hauptplattform ist immer die, die mit unserem Hub direkt verbunden ist. Das heißt, das bringt auch eine gewisse Gefahr mit sich. Wir haben gesehen, unsere Turrets hier oben schießen die Asteroiden weg und da entstehen dann eben auch kleine Asteroiden-Trümmer draus, die wir dann wiederum einsammeln können. Macht also nicht den Fehler und vergesst da oben Munition herzustellen oder genug Gun-Turrets zu haben. Sonst gibt es ein böses Erwachen. Um das Ganze spannend und herausfordernd zu halten, gibt es ein paar Restriktionen. Es gibt bestimmte Sachen, die wir auf Weltraum-Plattformen nicht machen können. Dazu gehören Flugroboter bauen. Das heißt, egal ob Logistik oder Bauroboter, alles, was hier oben auf der Plattform passiert, die ganze Logistik passiert rein über Förderbänder. Dadurch wird das Ganze ein ziemliches logistisches Puzzle, weil dadurch, dass die Plattformen so klein sind, müssen wir ziemlich genau überlegen, was wir wie wohin schaffen. Wow, das war schwer. Es gibt keine Kisten. Das finde ich ein bisschen weird. Wir dürfen aber keine Kisten bauen, um nicht, wie haben sie es genannt, Excessive Buffering zu verhindern. Wir sollen nicht einfach alles auf Vorrat hamstern, sondern es muss quasi alles auf Förderbändern stetig in Bewegung sein. Finde ich ein bisschen komisch, aber vielleicht wäre es sonst ein bisschen zu leicht gewesen, gerade wenn wir uns das hier mit der Munition angucken, sonst hätte man ja einfach 7000 Schuss pro Turret irgendwo lagern können und so muss man eben eine stetige Versorgung an Munition haben. Okay, finde ich komisch, dass man Kisten nicht im Weltraum bauen kann, bin ich ganz ehrlich. Wir können hier, haben wir ganz oben gesehen, diese Lagerhallen-Dinger bauen, aber keine Kistenentwickler, das macht nicht so wirklich Sinn, aber naja gut, wir akzeptieren das jetzt erstmal. Spidertrons, Züge oder andere Fahrzeuge dürfen wir da oben auch nicht bauen, bisschen lame, klar, aber man kann es irgendwo verstehen und es gibt dort oben keine Burner-Entities, also keine Burner-Inserter, keine befeuerten Öfen, befeuerte Greifarme und so weiter und so fort. Im Weltraum gibt es kein Feuer, schreiben sie hier noch hin, wir wollen Realismus, es gibt immerhin keine Atmosphäre im Weltraum. Äh, ja, okay, lassen wir es so stehen. So, dann habe ich das schon erwähnt, dass es hier keine Löcher geben darf, es muss immer alles miteinander eingeschlossen sein und verbunden sein und dann haben wir hier unten noch einen interessanten Punkt, Aua. Die Haupt-Energiequelle auf unseren Weltraumplattformen werden Solarpanel sein. Wir müssen keine Strommasten bauen, ihr seht das hier, hier läuft alles ohne Strommasten, das liegt daran, dass dieser Boden hier quasi elektrisch ist. Wir haben die Kabel einfach im Boden gelegt, also hier sehen wir hier auch, da laufen überall Kabel rum, toll, keine Strommasten, aber wir müssen Strom generieren, damit die Dinger und die Maschinen eben arbeiten können und das machen wir überwiegend über Solarpanel. Oft haben die Solarpanel, gerade auf unserem Heimatplaneten, eine erhöhte Leistung im Weltraum, weil die Sonnenstrahlen nicht erst durch die Atmosphäre müssen, macht Sinn. Wenn wir später aber zu anderen Planeten reisen, werden die weiter von der Sonne entfernt sein und dementsprechend werden die Solarpanel weniger Strom produzieren. Um das ein bisschen auszugleichen, müssen wir wahrscheinlich, ich habe nach bestimmten Größen und einer bestimmten Entfernung, irgendwann auf Nukularreaktoren, das heißt Nukular, umsteigen. Wie man die Dinger dann genau im Weltraum betreibt, weiß ich nicht, aber wir sollen wohl scheinbar das Eis aus unseren Eis-Asteroiden zu Wasser schmelzen und können damit dann eben die Dampfmaschinen betreiben, beziehungsweise hier die Boiler betreiben, die dann mit der Energie des Reaktors Wasser zu Dampf machen und die Turbinen treiben. Ist auf jeden Fall ganz cool. Hat man endlich mal einen Grund, auch da oben ein bisschen Umweltverschmutzung zu betreiben, beziehungsweise wir haben ja schon gesehen, das Problem der Endlagerung, das haben wir nicht, das haben wir gelöst, also Endlagerung auf Milliarden Jahre hinweg irgendwie Halbwertszeiten beachten und so, das Problem werden wir hier oben immerhin nicht haben, weg mit dem Scheiß, brauchen wir leere Batterien, leere Brennstoffzellen, einfach über Bord damit, finde ich ganz ganz knorke. Ja, ich habe knorke gesagt, ich versagt mich doch. So, das Ganze führt dann natürlich dazu, dass wir hier oben extrem kompakt bauen müssen, haben wir schon gesagt, die Weltraumplattform dürfen nicht unendlich groß werden und deshalb sollten wir darauf achten, wenn wir zu einem der ersten Friday Effects jetzt zurückspringen, zu der Erweiterung, wir haben diese Qualitätsunterschiede in Gegenständen, wir können quasi Qualitätsstufen in Gegenständen haben und höher gelevelte Chemiefabriken produzieren schneller Benzin, verbrauchen aber dieselbe Menge an Energie. Solarpanel bringen uns mehr Ertrag, das heißt, wir brauchen weniger davon, das heißt, wir brauchen weniger Thruster, um uns schneller zu bewegen. Dann haben Asteroidenkollektoren mehr Greifarme hier, je nachdem, welche Stufe sie haben. Die höher qualitativen Öfen und Montagemaschinen können schneller Munition herstellen. Tourists haben eine größere Reichweite und somit können sie mehr Schüsse abgeben, bevor die Asteroiden gegen unsere Plattformen fallen. Fliegen, wobei Fallen ist im Weltraum eigentlich ein ganz guter Terminus. Und eine höhere Qualität gibt den ganzen Sachen natürlich auch eine höhere Lebenspunkteanzahl und dadurch können die Dinger mehrere Asteroiden Schläge aushalten, bevor sie kaputt gehen. Kurz gesagt, fassen Sie das also zusammen, es macht schon Sinn, dass diese ganzen qualitativ hochwertigen Items, die wir vielleicht noch auf Naubis uns mühselig zusammengespart haben, dass wir die in unsere Weltraum Plattform stecken. Ist natürlich am Ende des Tages jedem selbst überlassen. Gleichzeitig haben die Entwickler aber auch damit geworben, dass man dieses Qualitätsmerkmal komplett ignorieren kann, wenn es einem nicht gefällt. Dass wir sie vielleicht nicht zwingend notwendig für die Weltraum Plattform brauchen, aber dass sie uns dazu raten und das hier noch mal erwähnen, dass das schon Sinn macht, widerspricht den so ein bisschen. Bin ich gespannt darauf, wie das dann am Ende des Tages vom Balancing her aussehen wird. Und hier sehen wir dann noch mal am Ende so eine richtig schöne, geile Weltraum Plattform, wie sie so im vollen Betrieb eventuell aussehen könnte. Denkt dran, das Gebäude in der Mitte ist erstmal nur ein Platzhalter. Das ist noch nicht fertig. und ich finde tatsächlich das lässt sich schon ziemlich sehen, ist ordentlich kompakt gebaut und macht echt was her. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir wow, das ist schon ganz schick. Wie gefällt euch das? Wir können ja noch mal ein bisschen rein zoomen, aber es wird nur pixeliger, es wird nicht schöner, dann lassen wir das auch mal wieder. Aber ja, auch gerade diese Dampfwolken, die hinten rauskommen, finde ich tatsächlich, es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde die richtig schick, habe ich aber geglaubt. Hier unten reden sie dann noch mal drüber, dass der Prozess tatsächlich diese Weltraumplattform zu generieren eins der komplexesten Sachen ist, die sie bis jetzt gemacht haben und dass wirklich das ganze Team daran zusammengearbeitet hat, das kann ich mir auch vorstellen. Sie zählen hier jetzt noch mal auf, wer genau was gemacht hat, interessiert mich jetzt persönlich nicht. Ihre Zusammenfassung interessiert mich tatsächlich auch noch nicht so wirklich. Da werden wir sehen, wie sich das dann alles spielt, wenn es dann in gut einem Jahr, hoffentlich ungefähr nur noch zehn Monate soweit ist. Und ich muss sagen, von all den Friday-Facts, die wir hatten, das mit der Qualität, das mit den Zugbrücken, aber jetzt auch das mit den Weltraumplattformen, das ist schon ein Wahnsinn, Leute. Mal gucken, ob sie noch auf die anderen Planeten zu sprechen eine wichtige Sache noch, die bezieht sich nämlich direkt auf das, was wir letzten Friday-Facts gelernt haben, die Remote-View, also wenn wir quasi etwas bauen wollen, wo wir gerade nicht mit unserer Spielfigur sind, das passiert alles ausschließlich auf diesen Weltraumplattformen mit Hilfe dieser Remote-View. Wir werden selber nicht auf unserer Space-Station sein, beziehungsweise wahrscheinlich werden wir hier drin irgendwo ein Zimmer haben und da drin chillen. Wir laufen hier also nicht als Spieler-Figur rum. Alles, was wir bauen, und wenn wir hier nochmal hochgehen, könnt ihr das in den GIFs auch sehen, hier, das passiert alles über unser Remote-View mit Geister- Pentakeln, hätte ich beinahe gesagt, hier mit dem Geister-Cursor. Also alles, was wir irgendwie bauen, machen wir nicht als Spielfigur, sondern läuft über diese Remote-View. Interessant. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Da ist keine Spieler-Figur, die das macht. Alles so. Spannend. Wie gesagt, man kann sich halt vorstellen, dass man da drin irgendwo gut aufgehoben drin sitzt und in der Kommando-Zentrale chillt oder auf dem Holodeck oder an der Bar sitzt und sich mit dem digitalen Barkeeper unterhält. Alles möglich. Ein bisschen Quarks chillen. Hätte ich derbe Bock drauf. Holos Hut bei Quark mieten und dann ein bisschen Spaß haben. Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen Spaß indem wir hier unten jetzt unsere eigene Rakete zünden. Denn wir sind am Ende der Faktoren Friday Facts angekommen. Die vielleicht spannendsten und interessantesten Friday Facts bisher überhaupt. Deshalb braucht die Rakete auch sehr lange bis sie nach ganz oben geflogen ist, weil es heute wirklich viel Input gab. Sie haben viele Geheimnisse aufgedeckt und deshalb ist das Video heute auch ein bisschen länger geworden. Ich freue mich unten in die Kommentare interessiert mich wirklich sehr und wir sehen uns spätestens nächsten Freitag. Guckt aber auch gerne in mein aktuelles Faktorio Let's Play rein. Jeden Tag kommt ein Part, wahrscheinlich an manchen Tagen sogar zwei, immer so ungefähr eine halbe Stunde lang und da bauen wir uns eine Megabase mit einem Main Bus und ich hasse das jetzt schon. Auf Forschungsfaktor 1000 mit aggressiven Aliens mit wirklich tief schwarzen Nächten dass wir nichts sehen wo keine Lampen sind und viel Ausdauer Lasst euch gerne sehen bei mir auf Twitch Ich bedanke mich fürs Zuschauen euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal